Als Lichtplanung bezeichnet man die bewusste Gestaltung der Umgebung mit Hilfe von Licht, siehe auch Lichtdesign. In der architektonischen Lichtplanung wird unterschieden zwischen Tageslichtplanung mit Tageslicht, Himmelslicht bzw. Sonnenlicht, mit deren Hilfeobjekte belichtet werden, Kunstlichtplanung mit Kunstlicht, mir dessen Hilfeobjekte beleuchtet werden. Architektonische Lichtplanung gibt es in der Form der Planung der Belichtung oder Beleuchtung einzelner Gebäude oder anderer Objekte. Aber auch in der Form einer kommunalen Gesamtplanung Instrumente einer solchen Gesamtplanung sind zumeist Lichtmasterpläne der Kommunen. Ähnliche Differenzierungen werden in der Fotografie vorgenommen, wobei die Lichtplanung hierbei nur von worübergehender Dauer ist. Hier wird vor allem unterschieden zwischen Beleuchtung mit Kunstlicht im Fotostudio durch Blitzlicht oder Studioblitz, Beleuchtung mit vorhandenem Licht, Available Light Photography, siehe auch.